Hey Leute, hey YouTube! Hier ist wieder mal euer Mr. Craig, um mal wieder ein CD-App vorzustellen. Diese CD-App heißt, äh, Infinidorp und da könnt ihr halt, ups, da könnt ihr halt mehrere, äh, Icons hier unten reintun und, äh, also ich demonstriere es jetzt mal eben. Warte. Okay, äh, zum Beispiel Musik, wackelt jetzt alle, schießt da rein und ich hab's drin. Jetzt hab ich nämlich funkt und, ähm, da kann ich halt auch unendlich, äh, Sachen halt hier unten in die Sachen da reinstecken und, ähm, das App heißt halt Infinidorp. Ist praktisch der Bruder zu InfiniBoard, was ich euch letztens vorgestellt hab, weil, da kann man ja auch, weil, so, unendlich Apps halt hin und her schieben und hier halt auch. Ja, okay, um, das war's eigentlich schon, abonnieren, kommentieren, euer Mr. Adbreak. Adbreak. Nein. Euer Mr. Craig. Sorry, Adbreak ist ein Freund von mir. Äh, ciao.